arbeitsverbot für rentner darf ich als altersrentner neben der rente einfach so dazuverdienen mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de wir haben wieder mal eine anfrage bekommen auf rentenbescheid24.de da geht es um das generelle problem darf ich als rentner überhaupt neben der rente dazuverdienen als ich das gelesen habe da habe ich gedacht naja vielleicht ist das jetzt ein übler scherz aber die anfrage war tatsächlich ernst gemeint der anfragende hat hier so seine zweifel weil er da irgendwas im internet gelesen hat dass er wohl angeblich als altersrentner nichts neben der rente dazuverdienen meine damen und herren in deutschland gibt es grundsätzlich kein arbeitsverbot für rentner das heißt also wer eine altersrente bezieht sei es eine vorgezogene altersrente vor der regel altersgrenze oder als regel altersrentner oder als erwerbsminderungsrentner sie dürfen im rahmen der gesetzlichen vorschriften dazuverdienen das überhaupt kein problem ab 1.1.2023 sollen ja die hinzuverdienstgrenzen für die altersrenten generell wegfallen und da der gesetzgeber eine hinzuverdienstgrenze für altersrenten ja eingeführt hat dann geht er ja sogar davon aus dass ein altersrentner neben der rente dazuverdienen kann darf oder will je nach seinen persönlichen befindlichkeiten genau das gleiche gilt auch für erwerbsminderungsrenten § 96 a sgb 6 gibt es hinzuverdienstgrenzen wenn der gesetzgeber hinzuverdienstgrenzen festlegt dann geht er davon aus dass der erwerbsminderungsrentner ob voll oder teilweise auch neben seiner rente dazuverdienen kann oder möchte also es gibt grundsätzlich kein arbeitsverbot für rentner wer lust liebe zeit hat wie auch immer gesund ist der kann neben seiner rente dazuverdienen näheres zu diesem thema finden sie auf www rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppen